ab 1 ab 2 das war der letzte scheiß nachladen 3,2,1 leswamen Reina ist am Start Yannick ist am Start Sven ist am Start Let's go Akadari neue Folge mit Valorant letzte Folge war einfach scheiße mal gucken ob es jetzt besser wird ich hoffe es ich meine 3 Leute haben wir ausgetauscht also da ja ja der eine ist aber auch ein Witz also 015 ey Omano ich würde schreiben Omano ich verbrenne alle schneller als sie heilen kann ich habe schon wieder ein Phoenix im Team ich hasse Phoenix also damit die Blende finde ich seiner schon auch nicht hehehe einfachere Regeln 3 ich wollte die Ecke Sven ich geh mal hin 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 ich warte hier und guck zu und das heißt zweite Folge mit Doppelsicht 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 in dein Gesicht ich muss gerade erstmal gucken ob ich überhaupt die Aufnahme gestartet habe ja 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 genau 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 deswegen weil du es auch vergisst wow ich glaube die gehen A glaubst du ich schreib schon mal A weil alle hier sind ich komm zu euch ich komm zu euch WTF 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 Wtl 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 yEyy yYyy wTL LSo WTL wTL same WERE van WTF und da ist der Letzte Wir classmates Platziert. Wo? Da, wo ich gepinkt hab. Ich hab nicht reingeguckt, scheiße. Ah, ist immer noch da. Okay. Meins. Lalala. Ich hab mein Liebster noch. Okay, jetzt dürfen wir doch kaufen. Ja, ich kaufe jetzt einfach mal. So, jetzt heißt es kaufen, Svenny. Wer die erste Runde gewinnt, darf kaufen. Easy. Genau. Genau. Sven versteht die Gäste im Ring für ein Competitive Gameplay. So geht das. Lul. Ah, ah, ich faszin. Kein Schaden. Upsi. Ich glaub, die wollen zu A. Ich hab mal A-Frage-Zeiten geschrieben. Weil drei Leute Mitte sind. A-Frage. What the fuck? Was können wir für Plebserns-Mates? Sven, nächste Runde gewissen, gehen wir A. Ja, komm. Wir gehen A. Dann für gegen jetzt A. Mir ist still nix mehr los. Lalalala. Schnauze! Lass im Flicko. Hier ist noch alles frei. Kack mich an! Alter, das ist Mitte. Kacke! Das ist Mitte. Das war Headshots gesetzt, obwohl ich nix gesehen hab. Profi! Mitte jetzt rechts, oder? Mitte dann rechts, ja. Also, es sind zwei auf jeden Fall. Noch 30 Sekunden. Spike platziert. Nein, es ist mit einer ist noch mit und einer ist noch... Nein! B. So lost, der so lost. Ah, ja, wir wollen A gehen zu. Ah, ja, jetzt sind welche, jetzt sind welche A. Alles gut. Okay, dann geh ich jetzt nach unten. Und ich geh mit, weil keiner mit ist. Wir sind bereit für Sie. Ich meine, vielleicht gefällt mir die Aufteilung jetzt ein bisschen besser. Ja, mit mir. Ah, die müssen doch wohl irgendwann nochmal durch B kommen, oder nicht? Ja, durch B. Okay, B ist die Action. Also, einer ist tot, aber muss stillen. Ja, mach mal. Ich bin blind. Ich bin tot. B. Nein! Ja, Sau, was hält? Klappe zu, Affe tot. Oh, dieser Spruch, der geht mir so auf die Eier, ne? Magst du keine Affen? Nee, ich verd... Oh, nee, war die... Du bist so tot für die Eier gefallen, Mann. Auf jeden Fall. Das ist, äh, Schulti-Fan-Service. Ein Gegner übrig. Letzter lebender Spieler. Rechts, 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 rechts! Rechts! Kein Problem. Ich schaffe, ich schaffe, ich schaffe. Nee. B. Kacke. Eigentlich wäre es mega smart, einmal bei den Mates zu warten, wo die hingehen. Jetzt machen wir von selber B, ich glaube, Mitte macht, glaube ich, auch gleich einer. Also, ich mache B, aber von der Rest ist erstmal okay. Okay. Also, ich bin auf jeden Fall bei A. Phoenix! Okay, A, ist das los? Alter, hast du ja auch so laut sein müssen. Lauf doch leise! Also, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall. Ich habe noch nie gehabt. Oh, man. Fertig. Zwei. Ah, siehst du da. Nee, ich bin sauer. hab ein hab zwei das war der letzte scheiß nachladen spiel ich hab's gesagt und melden okay bei mir ist so ein ordnungsfall gelandet irgendwo alles und da langer müssen noch auf deiner seite sind genau ihr werdet meine verbündeten nicht auf spot bspot beide sind jetzt wieder zwei und dann sei ja noch 30 sekunden und das mit schärfe gg gg was ist los mit ihr ich weiß es hast du viele antennenwitze gehabt unsere team jetzt stellen wir alle nacheinander weg die jacht beginnt die jacht beginnt also reina ist jetzt krass wenn wer ist reina die neue ne warum ist die krass mehr schaden mehr rüstung alles andere ok die hat mich umgebrochen die blöde kuh damit ich wenigstens meine waffe jetzt kann ich eh akkurs spielen 20 schaden hat er noch höchstens er hat mir nur 130 gemacht schade aber ich hätte die bombe nicht mehr treffen können also ich habe aber trotzdem gut ja ich habe eine geholt die fähigkeit ist op diese schwarze kugel da irgendwie du musst die kugel wegschießen und dann halt und einer oben aber ich dachte dass es einfach nur hier sicht verhindern ein gegner deswegen habe ich ja immer nix gemacht ich kann die ulti ja bei mir war es irgendwie so die hat die eingesetzt ich konnte ich sehe ich war jetzt den tod ja weil sie den heller gedrückt haben wir das nicht haben ich war fk ich habe woanders angeguckt mit den augen ist die gelaufen ich bin ne man kann sich auf Waffen schießen als ob die hat doch was an die hat doch was an du stehst auf einer stelle natürlich hat die nicht an ja aber trotzdem man kann nicht einfach mit seiten so laufen und dass die an alter du stehst auf einer stelle natürlich kürzlich den herrn da drüben nee natürlich zieh ich nicht ein hab ich gesehen oh god na ich geh im mitte komm zu mir wir gehen im mitte ok wir gehen im mitte hi hm nicht meine ohne die jacht beginnt ich kann spiel ich kann damit das nächste carry ihr werdet meine verbünden nicht töten HALT 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 Wappen HALT 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 Aber Bumbe liegt hier, ist das egal. Ja, nur dass du überweist, dass das Sage Kong wird, oder? Naja. Tod. Wir haben ja gewonnen, Mama! Das Salz hieß, Sven. Wie machst du mein Zug? Look, look! So kann ich nicht? Ah, jetzt. Weil du nur willst. Nicht blockieren, du! Oh, fuck, man. Oh, das ist so ein Salz-Spiel! Wollen wir Minecraft spielen? Minecraft, da ist es dann aber, ja. Da können wir mehr Zuschauer mit abschabbern. Ah, okay. Dankeschön, wie es ist. Ich fühle mich lieber einen runterholen, ey. Wie dem ja Spaß machen. Warte, ist das kein Spaß, oder was? Ich fühle dich. Natürlich. Schafft keinen Nahkampf fürs Aufsteigen. Muss man. Letzter lebender Spieler. Mach's das, Sven. Alles vier sind auf. Nicht wieder aufstehen! Alles vier, komm! Alles vier! Nein, 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 nein! Ich hab einen Pulsa, ja? Pulsa, ja? Das schlechter dich nicht hätte. Bist du oben ab? Oder wo? Ja, ist gut. Letzter lebender Spieler. Da sind zwei oben. Aber egal, Sven. Vier gegen nach Wasser. Sven hat aufgegeben. Machst du easy, bumm! Ich fehle die Sicht! Mich nicht. Ich heile dich. Ich bin schon aber hier. Das ist gut. Als ob der durchgefahren schießen kann! Letzter lebender Spieler. Der hat doch was an. Der hat doch was an. Das hab ich wirklich von mir hier angewöhnt. Der hat doch was an. Hm. Oh, Junge, ey. Cool. Verteidiger gewinnen! Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal nach Hause reinschauen. 之後. Mein Buch. Entschuldigung. Ich sehe. Mein Buch. Ich sehe. Der hat doch nicht so schlimm. Wie sehr. Entschuldigung. Das ist alles gut. Ich sehe. Und look at my life